aber oh nein achso das ist ein Checkpoint ah das ist so ein Mini Checkpoint ok hab ich verstanden ok mach mal was anders so nämlich so so den Nutten dann gib mal Gas ich gebe so schnell Gas wie ich nur kann der Peter oh Peter hast du gut gemacht mal wieder zurückspringen oh hast du gut gemacht Peter oh was ist denn für eine Aktion jetzt das ist natürlich richtig kack jetzt ich hab einen Hohn geboren oh mein Gott Per denkst du du bist witzig hey erzähl uns doch mal einen geilen Witz ok richtig Premium Witz den ich noch nicht kenne boah ok das ist jetzt aber schwierig mir fällt keiner ein er hat alles gegeben Ram aber da ist ihm halt klar keiner eingefallen wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde dann hätte ich jetzt gegoogelt ob ich einen richtig geilen Witz finde aber auch so auf deinem Niveau weißt du aber was hast du mir dann sucht besucht man ein paar schwarzer Humor Witze die ganzen Franzosen Witze kenne ich wir haben es geschafft nein warum googeln aber so jetzt dürfte Bram aber schaffen ja hätte es aber anders geschafft oh alter in der Zeit habe ich leider keine besonders guten Witze gefunden muss ich zugeben dahin meinst du halt jetzt machbar Peter gucken so rein ich würde sagen ja oh ja jetzt müssen wir zurück so jetzt müssen wir wieder zurück da hast du recht jetzt da hin jetzt da hin jetzt da hin und jetzt da hin da hat die Leute gerade runtergeschlagen die Sau ach so der Pedal der wollte er ankommen mir leider gedacht er könnte ja mal einen raushauen aber hab ich gedacht ich dachte ich krieg dich vielleicht noch aber das hat leider nicht funktioniert fuck nee Peter so läuft das auch nicht so beim Checkpoint du kleiner Pimmel nee was sagst du einen davor wahrscheinlich ja so gut wie einen davor ja und jetzt ach da hin war das hier down dahin da hin lol okay ja genau alter das ist der letzte Schrumpf das ist nochmal so ein richtiger motherfucker das kann ich ah man jetzt reg ich mich auf ja Peter aber wart mal ab du musst erstmal noch voll die lange du musst voll die lange easy session da machen und am Ende ist da so ein richtiger motherfucker sprung wo du dir denkst du ja herzlichen dank auch dafür okay mal gespannt ach Menno scheiße erstmal muss ich bis da kommen ist schon ein bisschen problematik ich seh nix mehr du bist so eine miese kleine Hure weißt du das so ein dreckiges Stück scheiße sagst du Peter werde ich von Hass angetrieben schön das freut mich doch so möchte ich das sehen so jetzt mach ich den Sprung aber jetzt mal ohne Spaß lass ich mich doch nicht von hier lumpen lumpen ey so kein drankommen an den kleinen Spacko ey das ist ein Witz das ist schon mal gut okay der letzte Sprung ich dachte ich dachte beim ersten Mal wäre ich vielleicht zwingkompetent gewesen aber jetzt bin ich habe ich es wirklich so spät gemacht wie es nur geht und irgendwie ich habe etwas falsch gemacht scheiße scheiße ja nein ich habe ich ihn immer noch nicht gesehen oh fuck oh fuck oh ich häng fest Peter hängt fest ey wie schau ich war toll fast fuck Hey, ich schaff den Sprung aus der Ecke raus da nicht, ey. Tja, Peter, was soll ich dazu sagen, wa? Machste nix. Haha, oh leid. Haha, du bist so ein Idiot, ey, ganz ehrlich. Nein, fuck. Oh, da warst du aber unter Druck gesetzt, ey. Ja, aber ich hab den Sprung genug gekriegt, aber leider nicht weit genug. Hätte ich dich geschlagen, hättest du ihn wahrscheinlich geschafft. Nein! Ach komm, ey. Im nächsten Sprung wärst du oder so gefällt. Wieso, du hast mich doch grad zuerst geschlagen, was beschwerst du dich denn noch hier, ey? Okay. Ah, der muss immer trollen. Du hast angefangen, ja, also entschuldige mal bitte. Ja, ich entschuldige dich, kein Problem. Okay, danke. Find ich gut. Oh, Peter. Oh, das ist der Bram. Ah, super Bram. Das hat er dir jetzt gebracht. Ich bin gerade echt sowas von zu inkompetent für diese Scheiße. Warum? Hörst du zu kurz gesprungen? Das ist natürlich ärgerlich, ja. Kurz zu kurz. Aber egal, die macht den letzten Saison nicht. Doch, den mach ich jetzt. Ich glaub nicht. Doch, doch. Doch, den mach ich jetzt. Das! Alter! Okay. Hast du ihn gemacht, Hardy? Ich frage mich gerade noch, wie der machbar sein soll. Du wirst es irgendwann herausfinden. Ja, vielleicht. Warum bin ich so inkompetent? Warum? Sag's mir. Oh, liebe Gert. Scheiße. Ach, Peter! Das wird doch so nix. Ja, geh vor. Ich lass dir im Vortrum. Ladies first. Alter, voll schön halt. Ja. Verarschen. Ja. Das wird aber so nix. Du willst dich jetzt echt hier schon betteln, oder was? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich heile mich schneller, als dass ich hier irgendwie... Ja, aber du bist runtergefallen. Ja, toll. Hui. Hier vorne schon. Dankeschön. Ja, verkackst du den Rest doch sowieso. Ja, stimmt. War Peter. Da hab ich noch getroffen, ey. Boah, bist du eigentlich so inkompetent, oder was? Ja, warum hab ich runtergeschlagen? Was willst du von mir? Ach, das ist einfach... Boah. Netter Versuch. Danke. Oh Mann. Da hab ich dir ansagen können, da hätt ich den Schwung nutzen können. Aber so war ich geduckt, dann hat es eigentlich funktioniert. Ja, Brom, ich hab dich schon gesehen. Ja. Boah, geh doch einfach weiter, ey. Du hast doch angefangen, geht leider nicht. Loil, Peter, ist aber mutig. Loil. What the fuck? Du schlecht, Dennis Hartwig. Ach, komm, Peter, ey. Du bist doch so ein hässliches Stück Kot, einfach. Du bist eigentlich ein schönes Stück Kot. Nee, ihr seid so hier. Wieso denn ihr? Bromm, ich schlecht gerade. Ach, Bromm. Ja, komm, spring schon. Nee, du hast mich dann. Ach, sag es nicht. Ja. Na, guck mal. Da hat Peter seine Beute direkt in den Schrank. Du musstest mich ja unbedingt schlagen. Das kam. Oh, da war hinter mir wieder das Stück Kot, ey. Ja, das ist wohl wahr. Komm, Bromm, jetzt halt den Verkehr nicht auf, gib Gas. Hä? So. Down. Hä? Ja, Peter, genau das. Auch Peter sieht den Sprung jetzt zum ersten Mal. Jetzt schon. Geil, der ist auch, dass ich weinen sollte, weil Hadi gleich kommt. Hadi kommt schon, ich keine Sorge. So ein kleiner Wichser. Hat der dich da runtergehauen? Ja, der ist nochmal wieder zurückgekommen. Mein geballter Zorn wird sich jetzt gegen Peters mitzrichten. Du hast angefangen, du Hure. So, Bromm, können wir uns darauf einigen, dass wir das jetzt hier... Ja, wir müssen Peter mal aufholen. Ja, sehe ich echt genauso. Scheiße. So, ein kleiner Wichser. Der steht da oben immer noch. Ja. Einfach springen, Peter. Der hat das schon geschafft, der Wichser. Der ist hinter uns. Ja, natürlich ist der hinter uns. Kleine Ratte. Als ihr gesagt habt, hm, ich weiß nicht, wie das gehen soll, war doch klar, der runtergefallen ist bei dem Spruch. Ich fand aber gut, wie du mitgespielt hast, Bromm. Ach, Fick mich doch. Ach. Jetzt ist aber gerade echt ein bisschen nervig da mit dem letzten Sprung. Ich habe schon überlegt, ob man von tiefer springen muss, aber das geht auf jeden Fall auch nicht. Nee. Ach, komm, ey. Ach, ja. Na, kleine Stinker. Der kann man ja nicht böse sein. Nein! Hat der dich geschlagen dran, Dennis? Ja. Brückebliebenen Leuten kann man ja generell nicht böse sein. Ich habe den überhaupt nicht geschlagen. Ach, ich vertraue mir, der hat mich geschlagen. Okay. Boah, ich bin aber auch gerade schlecht, ey. Das hat auch nichts mehr mit schwer zu tun. Das ist einfach nur Inkompetenz, ey. Ja. Das hat auch nichts.